Und wir lernen jetzt Annalena Bräunig kennen. Sie ist 13 Jahre alt und was sie alles so macht in Niklashausen bei Würzburg. Würde ich sagen, schauen wir mal. Ich bin Annalena und ich nehme euch mit auf meine Titanic. Meine Titanic ist eigentlich ein alter Kahn, mit dem ich ja schon oft gekendert bin. Aber man kann auch viel Spaß mit ihm haben. Zum Beispiel bei den Wasserschlachten mit meinen Eltern, wo mit Sicherheit keiner trocken bleibt. Es wird folgendes bekannt gegeben. Kinder und Jugendliche, die beim Bafsäubern mitmachen möchten, sollen sich bitte um 14 Uhr am Feuerwehrhaus einfinden. Zweimal im Jahr ist bei uns große Bafsäuberung angesagt. Alle Kinder werden zusammengetrommelt und wir machen gemeinsam den Müll weg. Mein Nebentopf, Prospekte auftragen. Nicht mein Traumberuf, aber ich spring halt hin und wieder für meine Schwester alt. Und von Anni erfahre ich jetzt endlich, was ich schon immer wissen wollte. Und das wäre Emma. Wie muss er denn nun sein, ein richtiger Märchenprinz? Don't let me be the last to know, sang Britney Spears. Und bei Anni heißt es jetzt, so müssen Märchenprinzen sein. Mein Schwesterherr zerträumt ein Date. Und ich sitze wieder mal zu Haus, dabei wär auch ich so gern verliebt. In den einen, den's im Traum nur gibt, der mir wie Marmelade klingt, bei dem's mich aus den Schuhen lebt. Oh, so, so müssen Märchenprinzen sein. Wie im Film, für immer dein. Ein Blick und dir wird heiß und wie Vanille-Eis schmilzt du in Sonnenschein. So, müssen Märchenprinzen sein. Ein Typ, der sich vor nichts erschreckt, der beim Küssen nach Zwiebeln schmeckt. Er steht bei Wind und Regen vor der Tür und holt sich schnupfen wegen mir. Hatschi! So, so, so müssen Märchenprinzen sein. Wie im Film, für immer dein. Ein Blick und dir wird heiß und wie Vanille-Eis schmilzt du. Wie im Film, geh mit mir aus und lad mich ein. So, müssen Märchenprinzen sein. Annalena, gesungen wie ein Profi. Ist denn Britney Spears auch dein, ja, sagen wir mal, dein Vorbild? Eigentlich nicht so, aber die Lieder sind gut. Ja? Wen hast du denn so? Welche Sängerin findest du denn ganz, ganz toll? Alicia Keys. Alicia Keys und ich dachte mir, du standst da im Videoclip wie so eine Diva in einem alten Film. Möchtest du auch gerne mal Filme drehen, Schauspielerin werden? Ja, das würde dir gefallen. Ja, aber mein Traumberuf ist immer noch Gerätsmedizinerin. Oh, das ist ja nicht so nett. Aber danke dir, Annalena, ein Riesenapplaus. Danke dir, Annalena, ein Riesenapplaus.